BAM, voll die heftigen Zahlen. Oh, der stirbt aber schnell. Aber das Gute ist, wir sind jetzt alle drei Fan-Kämpfer. Oh, der stirbt aber schnell. Das war die tolle Attacke 1 Pfeil. Okay, Boomerang und Lanza hat sich. Also, ich nehme ich... Ich weiß nicht, was ich nehme. Habe ich schon. Das könnte ich machen. Du hast die Peitsche? Ja. Sie hat den Schwer und das Schwert und das Schwert, weil ich glaube jetzt kommt der Boss. Das ist wieder so ein... Oh. Nein. Hier musst du aufpassen. Hier ist am besten so viel Scham wie möglich zu verpassen. Ja, ich weiß. Weil... Bei jedem Schlag wächst er ein Stück. Nicht bei jedem Scham, sondern bei jedem Schlag. Also... Was hat sich für eine Waffe grad nicht stehen? Ja, aber dann stell ich sie mal auf Aufladen auf. Ja. Oh, ich komme wieder da rum. Das kann ruhig offensiv sein. Weil irgendwann nimmt er das ganze Feld an. Ich war mal an diesem Punkt und hatte keine Walnuss mehr. Und Dan hat auch immer seine Form ab. Ja. Du siehst auch, jetzt... Feuer. Er ist immer gegen was anderes schwach. Nein. Der macht mir immer meine Aufladung weg. Ja, ich weiß. Ah, sie kann doch nicht aktivieren. Jetzt kann sie. So. Oh. 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 Das geht richtig los. Oh. 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 Der hat nur auf dich abgesehen Jetzt will ich auch dran Joa Was? Die macht da gar nichts Die legt gar nicht ihren Schlag auf, siehst du das? Joa, genau Boah, ich krieg gleich ab, Alter Ey, ich versteh nicht, ist das irgendwie so ein Bug oder wieso Ich lege sie nicht richtig auf Toll Oh, warte Lauf mal jetzt mal nur ein Stück herum Nein Ey, der wird ja mal kleiner Ich dachte Aber ich glaub, das ist der Arme Magie macht ihn größer Ja Es kommt noch ein zweiter von dem Ich glaub, bei dem ist es umgekehrt dann Ich guck mal kurz noch, wie viel er noch hat Hast du gesehen, wie viel? 1040 oder so 1044 Dann bist du mit dem Das ist die Höhlen-Aura Mach da mal ein Dings weg Nee, das ist die Zaubersperre, äh Zaubersperre oder was du sagst? Das dann. Willst du nicht mehr die Waffe aufladen? Oh je 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 je. Die braucht Energie. Er ist tot? Ranul! Oh, noch einen Schlitz gegeben. Nocturne. Ja, du musst drücken. Achso, ups. Ja, ich drück. Passiert nichts. Kannst du wirklich nicht drücken? Ich drück doch schon. Oh ne, ne? Oh, das war knapp. Also das heißt, erst mal gleich speichern. Sicher ist sicher. Okay. Äh. Hä, wir haben einen vergessen? Nein, das ist das Ding, was wir gleich kriegen. Boah, wir haben 80.000 Goldmünzen. Ja. Ja. Da wollen wir nur 30. Ah, lass uns raus. Das ist zur Stadt erstmal. Alter. Oh, und dann wehrt er das noch ab. Ja, wir haben, wir sind gerade bei einer Stunde zwei Minuten, dann können wir ja noch in Ruhe alles, äh, upgraden. Ja, das ist der Falsche. Ja, das war's. Hier, raus, Junge. Das ist der X-Knopf. Ja, endlich, ey. Nee, das ist hier oben. Ja, ich war erst da. Was, 150, diese gierigen. Achso, der schickt uns gleich zu, der schickt uns ja auch gleich zu dem anderen Zauber, glaube ich. Ja, wir laufen jetzt, ach, das machen wir bei der nächsten Episode. Erstmal abspeichern. Ja, okay, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns gleich, ja, was heißt, wir gleich, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder.